Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zum Wolfsgeheul. Diesmal natürlich auch mit Aufnahme. Ja, ich hab grad fünf Minuten aufgenommen, ohne aufzunehmen. Ich liebe es, aber diesmal treffe ich die Wölfe wenigstens. Äh, warte, der droppt der Herzen. Hä, ganz vergessen. Also ich weiß schon, was uns erwartet jetzt die nächsten drei Minuten. Aber umso mehr schaffen wir in dem Part. Ja, wenn du am Land stehen bleibst, ist das dein Problem. So, du kommst weg. Du kommst weg. Der Eisblock da hinten ist uns egal. Denn da ist nichts drin. So, der lässt eine Truhe erscheinen, die bereits auf der Karte verzeichnet war. Das Schieberätsel mach ich mir diesmal auch einfacher. Diesmal zieh ich gleich die Corona-Maske. Ah, meine Fresse, dieses Eis ist so nervig, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, dann kann ich noch kurz mal... Ach, Gronen können keine Bomben treiben. Ach ja, klar, stimmt ja, da war was. Äh, da kommen wir aber später noch zu. Dann hab ich erzählt, an der Stelle, dass es hier bei diesem Block verschieben so ein Frame-Perfect-Blitch gibt. Bei dem der Block verschoben wird, während man Link noch steuern kann. Ähm. Ja, man muss im richtigen Moment halt aufhören, den Block zu schieben. Und dann wird der Block geschoben und Link kann halt sich noch bewegen. Das hab ich sehr häufig in Ocarina of Time 3D geübt. Ähm. Ja, geh weg. Ich will meine Items ausrüsten, Mann! Ähm. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Weil das ist halt... Es sieht halt cool aus. Aber, naja, hier funktioniert das nicht sonderlich gut. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt geht. Das bei Dretti geht's auf jeden Fall, das weiß ich. Alle hopp. So, alle hopp. Wir kommen einen Eiszapf runter. Wenn Link nicht runterhüpfen würde. Ach nee, komm, mach ich von oben. Ja, ich muss erst damit klarkommen, dass das Spiel nicht ganz so flüssig ist. So. Schick, schick, schick. So. Und jetzt kommt die Bombe. Zu spät. Aber ich weiß, was da drin ist und wir brauchen's auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Und dafür benutzen wir einen guten Arten-Trick. Und durch Zufall hab ich noch was anderes rausgefunden. Da hab ich dann die Aufnahme abgebrochen. Also die nicht existente. Und wie man sieht, jetzt hat halt das Leuchten von den Haaren aufgehört. Dieses pinke Glitzern. Hier gibt's noch was. Und es gibt auch noch... Ich bin der größte Vollidiot auf der Welt. Also erstmal, hier gibt's noch was. Und dann... Achso, ja, die Fee war ja da oben rum. Äh, und dann... Gab's in einem anderen Raum nochmal was. Da kommen wir gleich zu. Hier gibt's halt auch noch eine. Die wissen wir ja, wo die ist. Die haben wir ja bereits gesehen. Ja, du, geh mal nach da hinten und so. So, wieder hier drin. Der Block bleibt zum Glück frei. Okay, sehr gut. So, ab mit dir nach da vorne. So, bitte hoch, bevor die Wölfe kommen. Ich hab keinen Bock, nur zu Schaden zu kassieren. So. Dafür lief das allerdings, muss ich sagen, beim ersten Mal besser. Äh, die Krüge da drüben sind sehr nette Krüge. Die haben super tolle Items drin. Nämlich uns tötende Items. So. Upsala. So, und wie man sie da gesehen hat. Perfekt. So, ja, und hier hatte ich ja die Aufnahme gebrochen. Ach nee, Quatsch halt gar nicht. Die ging noch ein Stück weiter. Ging es hin? Gute Frage. So, hier sind auf jeden Fall keine Feen mehr drin. Ach stimmt doch, ich bin durch einen anderen Raum gegangen. Deswegen. Ähm. Ach so, genau. Dann hatte ich nachgeguckt, ob wir hier, sind wir soweit fertig. Können wir auf die nächste Ebene wechseln. Aber ich weiß nicht mehr, wo das ging. Ach ja, doch, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar in dem Raum geradeaus. Genau da bin ich nämlich hingegangen. Da ist es mir dann aufgefallen. Also, zwei Sachen. Zum einen... Ah, was in dem? Nee, es war in dem danach. Das war der Raum mit den Eiszapfen, die wir runtergeschossen haben, um die Eisblöcke zu zerstören. Genau, hier haben wir nämlich auch alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Das spiele ich jetzt auf keinen Fall ein. So, genau. Und hier habe ich jetzt festgestellt, hey, guck mal, hier kann man voll wegburnen. Richtig geil. Und dann ist mir auch gefallen, hey, die Maske. Dude. Die leuchtet. Da oben. Und wenn ich die wegmache, dann ist da oben nur so ein Scheinloch. Ja, wir müssen erst mal die ganzen Typen hier weg schnitzen. Eine Würbelattacke. So. Und jetzt brauche ich die Normalopfeile. Sieht man nicht. Okay. Dann könnt ihr mir vertrauen, dass da jetzt was war. Scheiße, man sieht es ja nicht mal. Oh, das ist ja richtig fies. Also, wenn ich das nicht in Erinnerung gehabt hätte. Dann wäre mir das nie wieder eingefallen. Weil mir ist denn der Raum in Erinnerung gekommen. Und dann so. Ach, warte. Stimmt. Ich dachte erst so, hä, alle Gegner killen? Okay, nichts. Ach, stimmt. Das war der Raum. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da wirklich, dass man es nicht mal mehr sieht. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier richtig Fairlight Corona nochmal rein bashen. Hey, wir sind bei sechs Minuten ungefähr. Also, ein bisschen mehr natürlich. Aber das ist ja cool. Ich habe hier vor Part gar nichts verloren. So, jetzt können wir richtig rein bashen. Vor die Glasscheiben. Scha-burnt. Bam. So. Das war es auch schon soweit hiervon. Das brauchen wir, um auf den anderen Ebenen dann besser klar zu kommen. Ähm. Ich wollte gerade... Wie war denn das? Jetzt muss ich, glaube ich, wieder nach unten. Den Schalter ganz unten deaktiv... Ich hätte runterrollen können, oder? Sollte ich ja keinen Schaden kriegen. Auf jeden Fall den Schalter unten deaktivieren. Dass das Ding wieder runterfährt. Dann kann ich rüber. Dann kann ich höher. Irgendwie so war das, glaube ich. Ach, nee, Quatsch. Ich brauche den nicht deaktivieren. Der kann da oben bleiben. Ich brauche den gar nicht mehr deaktivieren. Äh, wir haben ja die Abkürzung. Ja, ich ignoriere jetzt mal die Wölfe. Aber wir haben trotzdem die Abkürzung nach oben. Wir wollen natürlich nur wissen, wo die ist. Ich weiß es nicht mehr. Ach so, hier kann ich mal kurz... ...auch nachgucken. Ja, ist aus. Ich kontrolliere lieber alle Räume. Halt, ich brauche das Eis. Und sonst... Halt, ich brauche das Eis. Ja doch, Tatsache. Ich konnte ein Ding ist ja gar nicht rüber. Noch nicht. Ähm, ich zeige euch nachher auch noch... Speedruns trotzdem erlaubt ist. Aber... Ich bezeichne das Ganze jetzt mal als Glitch. Und zwar kann man halt, ähm... ...zum dritten Tempel schon früher... ...ab dem Moment, wo man Bomben hat, kann man zum dritten Tempel... ...beziehungsweise den Moment, wo man Bomben hat... ...und die Koronenmaske. Wollen wir es mal vielleicht so... Jetzt sind wir hier, ne? Ja. Genau. So, und du führst nach unten, ne? Ja. Ja, da will ich jetzt nicht gerade hin. Dann gehen wir mal nach links... ...und dann nach oben zu gelangen. So, ich ziehe mal wieder die tolle Feenmaske auf. So, genau hier kommen wir nämlich jetzt nach oben. Ja, okay, dann halt so. Achso, brauche ich ja alles nicht. Also, ich kann hier hochhüpfen. Allihopp. Dann umdrehen, zack. Und der ist wieder zu. Natürlich, warum sollte das auch so funktionieren? Freunde, warum sollte das auch mal funktionieren? Ja, okay, der scheint also immer wieder zuzufrieren. Das ist ein bisschen doof. Mann! Du Affe! Wir müssen noch wie weit raufstehen. Und sonst fährt er nämlich nicht mit uns nach oben. Er fährt nämlich nur einmal nach oben. Ihr werdet mich übrigens in Templin halt häufig diese Maske tragen sehen, damit ich auf ja keine Feen verpasse. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie viele es sind. Ich glaube, 15. Achso. Ich depp. Was habe ich doch... Ja, 15. Mann, das habe ich doch Ende der... nach der letzten Folge festgestellt. Ach, ich Idiot. Ich weiß ja jetzt sowieso, wie viele es sind. Man kann das ja nachgucken. Okay. Ganz viel Energie. So, ach ja, stimmt. Jetzt können wir... Ich mache das mal gleich von hier. Jetzt können wir da nämlich weiter. Weil wir das wegschmelzen können. Burn, motherfucker! Wir brauchen aber nicht den Girono, weil wir hier langlaufen können. Und die Folge endet gleich. Da oben wissen wir ja schon, was da drin ist. Da müssen wir von etwas höher runterfliegen. Ich glaube, ab der Ebene oder ab der nächsten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Wir haben noch einen Schlüssel. Das ist sehr gut. Wir können auch hier die letzten Scheiben wegbashen. Das machen wir jetzt mal noch. Und dann ist die Folge zu Ende. Wir sind bei 11 Minuten oder irgendwas. Heiallaha! Ich meine, hey! So. Katz! Und... Katz! Vollgeil! So, und die können wir, glaube ich, nicht wegbashen. Die brauchen wir aber auch. Zum rüberkommen. Ähm... Ich mache mal kurz die Tür auf. Ich gehe gleich wieder mal raus. Es sind ganz viele Schneedudes. Die möchte ich jetzt nicht da... Ich roll mal nach oben. Holala! Immer wieder... Einschrecken. Och, Mensch. So. Was? 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 Ich meine... Was? Ich meine... Was? Yeah, geil. Voll durchquash. Ich meine... Ich meine... Ich meine... So, da drüben ist die... Dekoblume. Genau. Von der aus können wir uns dann... ...runter fliegen lassen. Ich muss mal gucken, in welche Richtung das war. Das war auch recht weit unten. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Aber was soll's. Wir kommen nur so daran. Also eigentlich nicht. Es gibt eigentlich noch eine ganz andere... Da links ist es. Es gibt eigentlich noch eine ganz andere Methode. Und zwar schafft man es mit einer Maske. Deren Namen ich jetzt nicht sage. Weil ich gerade auch nicht mehr weiß, ob man die kriegt. Ähm... Mit der kann man es schaffen, da auch so reinzukommen. Und wir sind beim Boss. So, aber wie gesagt... Ähm... Ich überlege gerade... Kommen da jetzt... Kommen die so... Ja doch, müsste funktionieren, ne? Ja. Ich versuch's jetzt einmal. Wenn nicht, wir krapieren halt. Ist ja auch nicht so schlimm. Doch eigentlich ist es schlimm. Äh... Achso, hab ich auch noch nie gezeigt. Man kann noch Masken auf andere setzen. Und transformiert. Das sieht einfach nur so aus, wie als würde er die Maske abnehmen. So, müssen wir jetzt ganz vorsichtig fliegen. Oder herabging... Ging herab nicht die ganze Zeit, wenn man sich nicht bewegt? Stimmt. Herab ging die ganze Zeit, wenn man sich nicht bewegt. Das war nur die Vorwärtsbewegung, bei der man dann... Ja, dann sliden wir ganz langsam zusammen. Aber wie gesagt, es geht auch wirklich mit einer anderen Methode. Und zwar kann man dann, glaube ich, von da links unten, wo meine Rubini jetzt sind, von der Brücke aus kann man da, glaube ich, dann reinhüpfen. Wenn man halt diese Maske trägt, weil man dann schnell genug ist. Ja, es gibt eine Maske, die erhöht die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit. Eine der geilsten Masken. Aber ich weiß gerade echt nicht mehr, wie man die kriegt. So eine... Verdammte. Axt und so. Aber wir sind schon richtig, oder? Oder habe ich mich verguckt? Kann ich mich umgucken? Nee. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Also es sieht da zumindest aus, als wären da so ein paar Pixelfehler. Und ich dachte, ich hätte das Weiß gesehen. Komm schon, Spiel, please, enttäusch mich nicht. Die blaue 2 muss nur weg, dann sehe ich, ob da das Weiß ist oder nicht. Oh shit. Doch, ist es. Okay, gut. So, die 4 holen uns jetzt noch. Egal, ich bin dann über 15 Minuten. Ich wollte die eigentlich unter 15 halten. Weil ich gemerkt habe, über 15 werden die ganz, ganz schnell über 1 Gigabyte groß. Und das ist eine verdammt lange Uploadzeit bei mir. Oh oh. Nach des zweiten Tages, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh oh. Link, please. Hält er den State? Wenn ich mich nicht mehr bewege? Oh, das wäre super. Oh, komm schon. Just do it. Link, you can do it. You can do it all night. Geil-O-Matico. Wir haben es geschafft. Und eine Fee. Fee Nummer 12. Ey, wir haben fast alle Fee schon. Das ist voll cool. Okay, ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Auf jeden Fall, dass es keine von mir verpasst. So, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out of Recruits, I play und ciao.